Ich darf euch heute in die Welt von Matador entführen. Nicht des spanischen Stierkampfes, sondern des österreichischen Holzspielzeuges. Wir wollen heute ein Unpacking machen, sprich wir packen heute das Classic 0 für 5 Jahre aus. Ich habe mir so ein Paket gekauft, sogar beim Hersteller. Und jetzt werden wir das mal öffnen. Es ist verpackt in Kunststoff, das beim Transport nichts passiert. Dann machen wir das einmal vorsichtig auf. Das beinhaltet 99 Teile. Matador hat verschiedene Altersstufen. Hier ist es 5+. Auf der Rückseite sieht man schon, was man alles bauen kann. Jetzt schauen wir rein. Hier haben wir gleich einmal eine Anleitung. Das man alles bauen kann. Und das werden wir demnächst auch ausprobieren. Dazu gibt es dann ein paar eigene Videos, wo man dann diversen Figuren sehen werden. Hier haben wir schon die ersten Teile. Sind für Achsen und Seil. Hier haben wir Stäbchen. Und auch schon diverse Rundteile. Bösen. Hier haben wir kleine und große. Stäbchen. Und was beim ersten Satz mit dabei ist, ist natürlich auch ein kleiner Satz. ein kleines Werkzeug. Weil schließlich zum Arbeiten brauchen wir auch das passende Werkzeug, wenn man es denn rausbekommt. wieder gut verpackt. Hier haben wir den Obligatorischen Hammer von Matador. Dann den Durchschläger. Wenn man jetzt da ein Holzstück hat, was nicht ganz herausgeht. Oder etwas, wo man dann Teile herausziehen kann. Ja, das war auch schon das Unpacking. Und wie gesagt, demnächst machen wir weiter. Da probieren wir dann die ersten Sachen zu bauen aus. Und wie gesagt, den wir hier haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.